Hallo ihr Lieben. Na? Wir starten einen neuen Punkt. Hier ist schon ein neuer Tag hier bei mir. Nachdem der Junge jetzt dramatisch verstorben ist, wie man jetzt von Ihnen sehen kann, unter harten, harten Umständen, unter sehr harten Bedingungen, wissen wir, bin ich wahrscheinlich wieder die Taube? Ein kleiner Junge zeigt immer zum Land. Hier gibt es den Brief von Amy an Amy von Ryan. Ein kleiner Junge. Hier in dieser neuen Silence. Und für die Musik zu starten und für die Dysk zu spinen, auch wenn es geht um, um, mehr Jahre zu gehen. Für, dass wir uns gehen und Joel würde, hier auf der Erde bewerben. Und nicht nur in Heaven. Aber in dieser Raum, ich fühle mich nur, dass er aus dem Lassen ist. and now we know love and longing empty and full all in one moment and I am grateful that we loved him well and that we miss him well and I hope that in the Lord's next breath he will whisper his love song to you his beloved and that you will know him differently and more deeply but now he grieft in silence yet not without his presence ja, da gesteht er seine Gefühle, sag ich jetzt einfach mal so an Amy und es ist so grauenvoll symbolisch letzten Runde all die Geräte so weißt du all diese lauten Geräte alles die Kerzen ausgebrüht man konnte machen was man wollte das ist, muss ich sagen muss ich mich die Kamera revue passieren lassen dass ich das wirklich selbst auch so in dem Moment falsch ich grübelt hab also ich hab so viel in meinem Kopf weil ich das so nonstop aufgenommen hier für mich ich war im Kopf war ich die jetzt ich hab's erst im Nachhinein realisiert dass sie den Tod so dramatisch dargestellt haben tausende Stimmen die Kerzen so aller Reanimationsversuche dunkel, hell, dunkel, hell und dann der Phönix mit dem Herz in der Mitte natürlich sehr brutal dargestellt von den Gefühlen her wer halbwegs wie gesagt mitfühlen kann und jetzt auf ein Picknick am anderen Ende der Welt mit Joel oder Joe auch nur ist auch wieder der Hund da ist auch wieder ein anderer Hund mit dabei es ist der ist immer so fröhlich obwohl es so hart ist ja, ich hab alle diese Pancakes hast du schon immer Pancakes wie so gesehen? das ist nur mir ein großer ist für mich ein kleiner ist für mein Hund ich wollte immer ein Hund und jetzt habe ich einen ich habe sogar einen Namen Manju Manju wir Seifenblasen machen er ist so glücklich er hat sich schon immer einen Hund gewünscht der Kleine und jetzt hat er einen so viele Pancakes nur für ihn komm her komm mal schön über die Pancakes so viele Bubbles da kannst du keine zerstören doch jetzt jetzt treff sie komm ah fast er lebt Seifenblasen schau ich kann einen schau ich kann einen schau ich kann einen er flog aber eine kelle durch die gegen die in so nochmal so hier ich will noch mehr Bubbles mehr Bubbles Manju und Manju haben eine Pancake Manju mag Serap ich auch Serap ist mein Lieblasen Party Guck mal wie gut es dem geht also jetzt Manju mag Serap ich auch Serap ist mein fräsen Party noch noch ein fräsen Hund müssen wir auch mal drüber reden noch mal Seifenblasen machen ich bin niemals voll Achso ach jetzt kann ich mal Seifenblasen machen aber erst wenn er wieder eins möchte dann kann ich stoppen alles klar wir machen mal Seifenblasen die beste Pancakes ich habe ever gehabt ich liebe sie oh ja oh man das ist ich kann nur tausendmal den Hut nein wieso nein ich möchte nicht gehen diese Musik diese Musik nicht danken für Spielen ich danke für das Spiel für das Gunst Even Green ist okay ist es Das ist die Familie und das ist Joel bei dem Papa. Das ist die Familie und das ist die Familie und das ist die Familie. All die Geräte, das muss kein Kind erfahren. All diese Schläuche an den Kindern und dein Eigenfleisch und Blut. Die Mutter hat ein Gesicht, die er beim Enden füttert. Als Pirat. Auch da ist er wieder auf einiges angewiesen. Die ganze Familie. Die Mutter hat einiges angewiesen. Er hat auch einen großen Teil für gespendet. Das sind alle Baker, alle, die das unterstützt haben. Ganz schön viele Davids. Friedhelm König. Ich wusste leider wirklich nicht, dass das per Kickstarter überhaupt... Ich bin noch kaum unterwegs. Also eigentlich gar nicht. Allein diese Musik, das ist... Das ist ein Meisterwerk. Das ist das Ganze. Das ist kein Spiel. Der Japanische Schubler auf versucht reinzustecken. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich... So viele... So viele Menschen, ob Mann, ob Frau, egal wer. Puh. Puh... Boah, Mädels. Weil man es jetzt gesehen hat. Bei einem. Und es ist nicht so lange. Diese einmalige emotionale Reise, die man selbst mitmacht. Das Spiel sitzt tief bei mir. Ich habe mir so oft daran gedacht, bevor ich es überhaupt schon daran gedacht hatte, abends mich hinzusetzen und los geht's. Hätte ich währenddessen schon Tage daran gedacht. Während der Arbeit, beim Sport, unterwegs, sonstiges. Immer wieder, was wird's? Dass man selbst schon beim Sport, wenn du dann da sitzt und dran denkst, Krebs, Kuh, Kinnstipp, also all das Ganze, das ging mir beim Sport durch den Kopf. Das war da schon so, Boah, da kam mir schon einmal so. Gefühle hoch, sag ich mal, das war. Wie gesagt, eben natürlich bei mir auch immer verbunden. Dadurch, das ist, wie gesagt, kein Krebs. Gott sei Dank, also innerhalb der Familie natürlich auch auch zu Krebstogen kam. Ja, da ist vielleicht schon natürlich der Draht da. Der kleine Draht. Und eben auch mit meiner Tochter, hier der Sohn, in dem Fall dort. Das Ähnliches. Nicht ansatzweise, also nicht ansatzweise. Nicht, kein Krebspunkt. Was anderes, Schlimmes, aber eben nicht das. Als Nachwort tausend Dank an all die Unterstützer, die den Eltern das ermöglicht haben. Ich würde gerne so viel sagen, das ist grandios. Es ist einfach ein Kunstwerk. Wenn ich eins nicht vergessen werde, dann dieses Spiel. Es gibt zigtausende kleine Games, Figuren, irgendwas auch immer als Spieler. Und das werde ich auf gar keinen Fall vergessen. Es wäre auch hart, wenn das auf einmal im Steam-Seal ist, noch die Hälfte kosten würde. Wäre schön, dass sie es einfach nochmal kaufen, mit Unterstützung allein schon. Dass doch noch was ankommt. Aber Och, ich weiß nicht. Irgendwie. Das ist hart. Harter Tobak und Ich merke schon, ich bin jetzt schon wieder, obwohl es ist ein grandioses Spiel. Meisterwerk, kein Spiel. Es ist ein Spiel. Meisterwerk. Es ist ein Kunstwerk. Es hat sämtliche Punkte verdient. Wer da negativ bewertet, ich habe genau eine negative Bewertung schon gelesen auf Steam, die es nicht offen mit einer Spielzeit von 0,1 Stunden oder 0,2 Stunden, die wohl nach 20 Minuten ja gefühlt oder immer doof. Oder die zu schnell durch haben. Wer das wäre ein Spiel mit dem Titel schon irgendwo Krebs dabei vorkommt. Der Drachenkrebs. Sorry. Da steht nicht Call of Duty. Das kommt nicht jährlich. Hä? Ah. Solche Leute können ich gerne ins Gehirn kacken hochziehen, Alter. Die würde ich sagen. Hier, wo ist Krieg? Syrien. Hau ab. Oh, darf er das? Darf er. Ganz ehrlich, die haben das Leben nicht verstanden, die Menschen. Das ist traumhaft traurig. Ich würde es allein schon fast wegen der Musik einfach nur nochmal anmachen. Einfach nur im Hintergrund laufen lassen wie in der Musik. Und während ich dann diese Musik ja wieder höre, so wie vorhin das Klavierspiel, gehen wir gleich durch den Kopf, dass die ganzen Karten, die wir gesehen haben, jede Karte stand für jemanden, der Krebs hatte, an Krebs sehr wahrscheinlich gestorben ist. Egal welchen Alter es ist, ob 16 Jahre, ein Jahr. Die, die Mutti verloren haben, den Papa, Geschwister, die Familie, die ganze Familie. Es fällt mir schwer, mich gerade zu verabschieden, weil wir machen es kurz und schmerzlos einfach. Machen wir so. Es ist ein sehr schönes Spiel. Nicht-Spiel, Meisterwerk. Es ist traumhaft. Traumhaft, traurig. Die Zeit, die man hier mal ruhig hat, muss man sich nehmen. Nehmt euch die Zeit.